An einem Bahnhof im Nirgendwo, an einem Gleis ins Ungewisse, steht ein Mann, eine Mission, ein Nomade der Neuzeit, mit dem Blick richten Horizont. Er hat alles hinter sich gelassen. Es gibt nur ihn und seine Bahncard ein Haubert. Die Schienen sind sein Zuhause, aber er will zu dir. Etwas Neues, Spannendes, Aufregendes wird passieren. Dein Leben wird sich verändern. Er ist unterwegs, auf dem Weg. Von Couch zu Couch. Herzlich Willkommen, mein Name ist MC René. Alles auf eine Karte, immer noch ohne Wohnung, immer noch mit der Bahncard 100 unterwegs. Ich habe vor einiger Zeit mal angekündigt, dass ich euch besuchen komme. Dieses neue Format heißt From Couch to Couch. Das heißt, ich komme zu euch nach Hause. Aber ich habe einige Bedingungen. Ihr müsst mir ein Video schicken, warum ich euch besuchen kommen soll. Zum Beispiel könnte das sein, ihr habt jetzt einen Arschbomben-Court-Test. Und da muss ich unbedingt dabei sein. Dann macht ein Video, schickt es mir. Und wenn ich Bock habe, dann komme ich zu euch, nehme euch auf. Ich mache eine kleine Reportage über diesen ganzen Tag und poste das dann. Aber wichtig ist, dass ihr euch was einfallen lassen. Also so Grundvoraussetzungen sollten sein, der Kühlschrank ist voll, eine Waschmaschine muss da sein, am besten mit Trockner. Ein guter Pennplatz. Und irgendwas, wo ihr sagt, ey, da musst du dabei sein. Entweder hier, Homie ist 30 geworden. Oder wir heiraten, du musst dabei sein. Schickt mir ein Video. Und dann freue ich mich, dass ich euch besuchen kommen darf, um euch kennenzulernen. Ich mache vielleicht eine Freestyle-Session oder so. Wer weiß, was sich da gibt. Alles kann, nix muss. From Couch to Couch. MC René. Alles auf eine Karte. 2011. Bam. Für die Videos, die ihr mir schicken wollt, habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr ladet es auf YouTube hoch. Vimeo. Oder ihr schickt mir einen Download-Link. Bei msirene.de gibt es einen Kontakt-Button. Und die E-Mails gehen alle direkt zu mir. Also, lasst euch was einfallen. Ich freue mich sehr. From Couch to Couch. Yeah.